Weiter bei den Säulen der Erde nach diesem sehr aufschlussreichen Gespräch über Kathedralen und Tempel und Kirche, Friedhof oder Kapitelhaus. Wir gehen mal zum Friedhof und schauen uns da um. Oh, ein Totengräber. Danke, Orlo, für das Overlay-Kompliment. Wenn ihr noch Tipps fürs Overlay habt, ich sehe, in diesem Spiel habe ich schon gesehen, dass oben der Name des Charakters ganz leicht abgeschnitten ist. Aber okay, ich glaube, da kommen wir. Klar. Das Zitat kommt aus einem Film, oder? Aus einem Film? Ah, das kann sein. Ich hätte jetzt fast gedacht, ich kenne es tatsächlich von der Kirche. Aber vielleicht ist es nur ein Film gewesen. Wer ist denn da? Bruder Arnold. Ist das Arnold-Schwarzenjäger? Bruder Arnold, wie geht's? Du willst Werbung bei mir posten. Wenn du bezahlst, Orlo. Wie geht es dir? Geht's dir gut? Ja. Nur, dass die Toten nicht im Grab bleiben wollen. Was? Bitte? Die Toten. Sind wahrscheinlich diese elenden Dachse. Die wühlen immer die Gräber auf. Gedacht grad schon. Wie, das war's. Mehr geht nicht. Verfluchte Dachse. Hm. Sind Dachse... Früher haben wir sie gegessen. Heute fressen sie uns. Na, dann pass mal auf, dass du nicht gefressen wirst. Äh... Ja, das hat er. Den Prolog-Tod, den berühmten... ...unverschuldet. Ich konnte nichts dagegen tun. Das war nicht meine Schuld. Der Vater hat der Priorei viel Land gegeben, damit ich es gut habe. Ich will nicht dauernd Pökelfisch essen. Ich auch nicht. Gehen wir heute Abend wieder in den Vorratskeller? Klar, Bruder Markus. Du hast immer noch den Schlüssel vom alten Kaffbert? Klar. Ich hab ihn in der Kirche versteckt. In die große Spalte in der Wand hab ich ihn gesteckt. Ich würd auch gern mal was in eine Spalte stecken. Ja. Fecke. Das glaub ich gern. Eine Novizen hat Cuthberds Schlüsselbund in einem Spalt in der Kirche versteckt. Danke für diesen Hinweis. Das hätte ich mir auch noch so gemerkt. Ich kann auch andere Gebühren erheben, Orlo. Ja, die beiden Lümmels da. Mal gucken, wie lange die ihren Schlüssel noch haben. Zur Kathedrale geh ich später. Haus des Priors. Das müsste jetzt ja leer sein. Es ist zumindest offen. Ach, wen haben wir denn da? Den Remigius. Was machst du hier? Ich sagte, ich will nicht gestört werden. Bruder Remigius. Es tut mir leid, dass ich deinen Gottesdienst gestört habe. Du meinst die Andacht für Prior James. Deine Werbe-Andacht. Ich hörte, er sei ins Eis eingebrochen. Schrecklich. Ja, ich hab seinen Rosenkranz am Floss gefunden. Hm. Jetzt lass mich weiterarbeiten. Ich wittere Verrat. Zeige Bruder Markus den Schlüsseldieb an. Nein, wir brauchen den Schlüssel selber. Frage nach dem Tod des Priors. Verlasse die Pri... Wir machen jetzt mal Fragestunde. Warum ist Prior James wohl nachts auf den Fluss hinausgegangen? Er wurde verfolgt. Von wem? Vom Teufel? Verfolgt? Von wem? Vom Leibhaftigen. Aber warum sollte der Teufel Prior James nachstellen? Halte du dich besser daraus? Hast du nicht eine eigene Prior-Rei, um die du dich kümmern musst? Ja, aber die funktioniert auch ganz ohne mich. Denn ich bin ein guter Prior. Äh, Frage nach dem Teufel. Glaubst du wirklich, der Teufel hat Prior James umgebracht? Einige der Brüder glauben das. Und ich respektiere ihren Glauben. Vielleicht erfahren wir nie, was wirklich geschah. Belassen wir es dabei. Jetzt lass mich wieder an meine Arbeit gehen. Er sagt also nicht selbst, er würde daran glauben. Wäre es nämlich vielleicht eine Lüge und er darf nicht lügen vor dem Herren. Ich verrate ihm nicht den Dieb, denn ich will den Schlüssel selbst. Gehen wir also wieder raus. Ich habe den Verdacht, dass Remigius damit was zu tun hat mit dem Tod unseres Priors. So viele Sachen hier, warte mal. Frisches Grab. Noch ein Grab. Noch eine Seele, die ruht und wartet. Warum hebt er ein frisches Grab aus, wenn keine Leiche gefunden wurde? Da würde auch ein Grabstein reichen. Okay, wir beten das Grab an. Gut, dann haben wir doch alles gesehen. Gehen wir wieder in den Kreuzgang. Von da aus konnten wir noch woanders hin. Nicht nur in die Kathedurale. Ich weiß noch gar nicht mehr, wohin. Das war hier vorne. Kapitelhaus. Da wollen wir hin. Was wir uns fragen müssen ist, kann der heilige Adolphus Kingsbridge in dieser dunklen Zeit noch beschützen? Prior James konnte er nicht retten. Seit der Blitz in der Kathedrale einschlug, war James nicht mehr er selbst. Wenn du mein Amt als Sakristan übernimmst, solltest du den Bischof um eine neue Reliquie bitten. Dann werde ich Subprior sein. Ich und der neue Prior werden dich unterstützen. Diese Intriganten. Lehne die Idee des Sakristanes ab, unterstütze die Idee des Sakristanes. Na, wir machen uns mal ein paar Freunde hier. Eine neue Reliquie würde mehr Pilger anziehen. Philipp von Gwyneth. Mit dir wollte ich reden. Ja, genau da. Wie konntest du es wagen, Bruder Remigius Requiem zu stören? Das war ein Versehen. Ich, ich fürchte, der Chor wartet auf mich. Bleib, Bruder. Du kannst ruhig hören, was Philipp zu seiner Verteidigung zu sagen hat. Ich war schockiert. Ich bitte um Vergebung. Wir bitten natürlich um Vergebung. Ich bitte um Vergebung. Ich war überwältigt, als ich hörte, dass Prior James gestorben sei. Du solltest es besser wissen. Für St. John bist du bestimmt ein guter Prior. Aber hier folgen wir den Regeln. Ich mag den nicht. Du hast von einem neuen Prior gesprochen. Du hast von einem neuen Prior gesprochen? Die Wahl wird in ein paar Tagen abgehalten. Wenn wir alle zum Kapitel zusammenkommen. Okay. Lass uns unser Gespräch später fortsetzen. Ja. Natürlich. Ich habe noch einiges für die anstehenden Wahlen vorzubereiten. Du meinst mit Leuten bestechen und Pläne schmieden. Was eine Lümmelei hier. Die wollen doch alle nur ihr eigenes Beste essen. Soll was für Priester sein? Ist ja wohl unerhört. Gehen wir mal zur Mühle. Die haben wir ja von außen schon gesehen. Oh. Schafe. Diese Prior ist so viel größer als unsere kleine Zelle im Wald. Karte der Prior von Kingsbridge im Jahr 1136. Karte. Ja. So. Wir haben eine Mühle sind wir gerade. Bei dem Fluss saßen die beiden Schlüsselliebe. Der Friedhof Harmbach Kapitelhaus waren wir gerade. Küche müssen wir noch. Zollstationen kennen wir. Lichtung waren wir noch nicht. Die Brücke kennen wir. Wir müssen also mal irgendwo hier hinten rumschauen. Haus des Priors. Wie geht das denn vom Screen auf? Wenn wir hier standen. Das Haus des Priors gesehen haben. Der Screen passt doch gar nicht zur Karte. Die Gruft. Da kommen wir wahrscheinlich nur über die Kathedrale rein. Wir müssen also mal irgendwo hier vorne. Mühle, Küche, Gasthaus. Da müssen wir nochmal eben vorbei. Lichtung eventuell auch noch. An sich selbst denken ist die Definition von Priester für dich. Na, vielleicht hast du eine etwas zu realistische Definition. Sie haben die alte Mühle verfallen lassen. Jetzt zahlen sie für die Nutzung der Mühle im Nachbardorf. Das ist sehr schlau. Können wir so ein Schaf mitnehmen? So ein bisschen Wolle. Warum ist hier abgeschlossen? Hm. Wir haben noch keinen Schlüssel. Wir müssen einen Schlüssel finden. Ein schäbiger Futtertruck. Verschwendung von Tuch. Wenigstens frisches Heu. Können die nichts machen, oder? Dann gehen wir mal vorne beim Dorf vorbei, um dann wieder vielleicht noch zur Lichtung zu kommen. Wo ist denn die Lichtung? Straße in den Norden. Straße nach Gluckäste. Ich komme da nicht zur Lichtung, oder? Straße nach Süden. Doch, da darf ich lang. Ah, dann kommen wir hier hin. Ach, hallo. Pauli. Du bist ja wieder. St. Pauli. Bruder Paul. Philipp. Autsch. Hat er keine Schuhe? Frage nach Pauls Füße. Was ist mit deinem Fuß, Bruder Paul? Nur eine Frostbeule. Sie wird heilen, wenn der Frühling kommt. Du solltest ein Feuer haben. Es geht schon. So kalt ist es nicht. Nimm es nicht zu leicht. Viele werden in diesem Winter sterben, weil sie nichts zu essen haben oder kein Dach über dem Kopf. Remigius sagt, Gott prüft uns, dass nur die Sünder sterben. Nein, die Armen sterben. Und die, die er hier in der Kälte sitzen lässt. Sag nichts zu Remigius. Ich bitte dich. Wenn er denkt, ich würde mich beschweren, wird er ungehalten. Was ist das denn für einer? Kannst du doch keinen alten Mann hier sitzen lassen. Ich muss jetzt gehen, Bruder Paul. Gib auf dich acht. Es wird kälter, glaube ich. Der stirbt doch hier draußen. Der muss ins Warme, der Alte. Fahrt zwischen die Bäume. Interessant. Ist das die Lichtung? Kalkstein. Rohers Fels. Ragt aus dem Boden. Wäre ich Steinmetz, wäre es mir bestimmt nützlich. Kommen wir nochmal mit Tom hierher. Bucheckern. Die Spuren nach zu urteilen. Hägen Eichhörnchen. Einige Buchecker liegen noch da. Okay. Machen wir mal. Ein paar Bucheckern, die ich gefunden habe. Wozu? Weshalb? Wieso habe ich Bucheckern? Vielleicht finden wir noch Verwendung dafür. Können wir das Loch untersuchen vielleicht. Kommen wir da hin? Mal gucken, ob sich der Gott auch für den Remigius erbarmen wird. Ich habe ihn ja stark in Verdacht. So, Speedy Philipp rennt wieder ins Dorf. Wir müssen noch vorne ein paar Orte abklappern. Können hier nur ins Tor, ne? Ja, Tor. Alles klar. Uns fehlt noch das Gästehaus. Und die Küche. Noch? Ah, sein Pony ist da. Philipps Pony. Können wir das auch nochmal abklopfen? Kloch, 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 kloch. Braves Pony. Pferdeliebe. Weg um die Kathedrale. Da waren wir auch noch nicht. Gehen wir da doch nochmal kurz hin. Stallungen kommen wir ja nicht rein. Das stinkt ja zu viel. Ah, ich habe es geahnt. Und wieder zurück. Wo ist denn das Gästehaus? Da ist die Küchentür. Da ist das Gästehaus. Wenigstens. Das sieht gut gepflegt aus. Gastmeister, ein frommer Mann. Zu früh für seinen Ruhestand. Gehen wir mal in die Küche. Mit Francis reden wir zuletzt. Das ist ja unser aktueller Auftrag. Das Inventar ist ein bisschen verdeckt unten links. Aber das ist glaube ich nicht so schlimm. Lecker Fisch. Achso, der geht wieder. Wärm dich am Ofen auf. Ist das Philipp? Sag ihm, er soll sich am Ofen aufwärmen. Hat er schon. Danke, Bruder Cuthbert. Hm, so viele Sachen zum Angucken. Erstmal wärmen wir uns. Wunderbar. Ich lege immer ein paar Steine auf den Ofen, um Wasser zu erwärmen. Steck einen davon in die Tasche. Das hält dich warm. Oh. Ah, heiß. Vorsicht, die sind heiß. Äh, Herd und heiße Steine. Kann ich jetzt mal ein Käseshut da herumwickeln? Yeah. Der Stein ist noch heiß. Perfekt dafür geeignet, sich an kalten Wintertagen warm zu halten. Jetzt haben wir einen nach Käse stinkenden Stein. Schönen warm. Und ich hab mir die Finger nicht verbrannt, Milius. Ich wusste, du kriegst das hin. Du holst dir noch Nomnom. Er langt einen guten Appetit, würde ich sagen. Du malter Topf. Ein schöner Topf mit einigen Samen. Darin ist der Topf zu schön für einen, meine ich. Aber bestimmt nicht. Milius, warum hast du denn so einen schönen Topf? Oh, er erinnert mich daran, dass wir nach Ordnung und Schönheit streben sollten. Ich sammle da nämlich Samen und Nüsse für einen neuen Garten. Oh, eine gute Idee. Ich bin aber nicht dazu gekommen, mehr als die paar Samen da zu sammeln. Wenn du welche findest, bring sie gern vorbei. Hm, ich hab da zufällig ein paar Bucheckern gefunden. Ich habe Bucheckern gefunden. Dann wird hier also bald eine Buche wachsen. Wundervoll. Falls wir jemals dazu kommen, diese Samen zu pflanzen. Oh, bestimmt. Ich bin mir sicher, das werdet ihr. Haben wir jetzt ein Level. Ah, was haben wir da? Garden of Eden. Cool. Haben wir jetzt ein Level in der Zukunft verändert, indem wir eine Buchecke ermöglicht haben? Ich glaube, wir haben schon fast alles. Wir können mal mit Milius spielen. Fleißig wie immer, Milius. Es kommt jetzt sechsmal die Woche Pökelfisch auf den Tisch. Leider. Angeblich gibt es ja in deiner Zelle im Wald jeden Tag frischen Fisch. Jeden zweiten Tag gibt es sogar Geflügel. Jeden Tag Pökelfisch. Jeden Tag Pökelfisch. Ihr in St. Ihr in St. John Hart erarbeitet, wird hier im Mutterhaus verschwendet. Nach der Wahl wird der neue Prior hier die Dinge sicher richten. Aber nicht, wenn Remigius es wird. Remigius? Die Dinge richten. Äh, unterschätzen wir ihn. Ich wäre nicht besser als Prior James. Er wäre wahrscheinlich wirklich nicht besser. Wer würde Remigius wählen? Er wäre nicht besser als Prior James. Er ist der Subprior. Und er hat einigen Brüdern Versprechungen gemacht. Wie den Sakristan. Und außerdem will er alle Bücher und Dokumente im Priors Zimmer verbrennen. Hä? Einschließlich der Hauptbücher der Triorei. Remigius sagt, James habe gewollt, dass nach seinem Tod alles verbrannt wird. Außer seiner Bibel. Was? Der verheimlicht doch was. Garantiert. Ohne die Bücher sind die Finanzen des Klosters nicht mehr zu retten. Wurde niemand sonst nominiert? Nur Cuthbert. Ich habe abgelehnt. Ich bin zu alt. Niemand sonst traut sich, in Prior James' Fußstapfen zu treten. Nicht, seit er angefangen hat, mit dem Teufel zu reden. Naja, der macht den Mönchling alle Angst. Was? Eines Tages fing er an, mit dem Teufel zu reden. Als ob er neben ihm stünde. Wurde er dement oder auch nur eine List von Remigius? Er feilte mit dem Teufel um seine Seele. Flüsterte ständig von den Sünden, die er begangen hatte. Seine Sünden? Wir können nicht mehr erfragen. Reden wir später weiter. Was ist denn, wenn ich mit der Bibel auf ihn gehe? Wenn es hier einen gibt, den ich nicht predigen muss, ist es mir, Jus. Was hast du gesagt? Nichts. Ich finde nur, es wäre gut, wenn du hier etwas mehr zu sagen hättest. Ich bin nur der Küchenmeister. Ja, könnte nicht mehr sein. Du meinst, ich würde mich unterschätzen, aber das gilt auch für dich. Vielleicht kommen wir deshalb so gut miteinander aus. Gut, dann machen wir hier mal wieder eine kleine YouTube-Pause und dann geht es bei Twitch auch direkt weiter. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020